Basel? Basel ist viel mehr als nur eine Stadt zum Leben. Ich habe der Uni Basel promoviert und an einem Projekt gearbeitet, das eine neuartige Krebsbehandlung ermöglicht. Die Infrastruktur und die Innovationsförderung der Region Basel hat beim Aufbau unserer Firma eine grosse Rolle gespielt. Auch heute profitieren wir vom Zugang zu innovativen Firmen und vom Austausch mit Experten in der Nähe. Basel bietet nicht nur ein ausgezeichnetes wirtschaftliches und akademisches Umfeld, sondern auch viele Möglichkeiten, sich ausserhalb der Arbeit auszutauschen und zu vernetzen. Ich nehme gleich von diesen. Ich danke Ihnen auch. Basel hat mich sofort gepackt. Es ist eine Stadt voller Kreativität und Energie. Die Vielfalt von Kunst und Kultur inspiriert mich jedes Mal aufs Neue. Und in nur 10 Minuten kann ich überall entdeilt draussen. Denn Basel setzt sich ein für grosse Events, aber auch für kleine Kunstsammlungen. Basel ist mein Zuhause. Gross genug, dass die ganze Welt hierherkommt. Und klein genug, dass man sich auch findet. Für mich ist der Rhein das Herz von Basel. Es ist der Puls, der die Stadt zum Leben erweckt. Basel hat viele Jahre zum Entspannen. Die Astroszene ist ein Spiegel der kulturellen Vielfalt. Basel ist unser Zuhause. Hier fühlen wir uns wohl und willkommen. Und das ist der Grund, warum ich hierher gekommen bin. Und das ist der Grund, warum ich in Basel hier bleibe. Das ist der Grund, warum ich hierherскome, wie in Basel deutlich erkennen kann. Das ist der Grund, warum ich hierherweg am Notfall嫌. Im Besblick, wie in Basel der Gokk cursigen, wie in Basel der Puls in 1991 high und aus escpen, überhaupt nicht nur in der Marke lag. Ich Interesse ist das der Grund, warum wir das gerne zubekommen haben. Bis zum nächsten Mal.